Musik Heute testen wir eine absolute Weltneuheit aus dem Hause Hyundai, welche exklusiv für den SUV Santa Fe erhältlich ist. Das System nennt sich Rear Occupant Alert und soll verhindern, dass Tiere und Kinder beim Verlassen des Fahrzeugs auf dem Rücksitz vergessen werden. Wie das System funktioniert, möchten wir euch jetzt zeigen. Drei Ultraschallsensoren im hinteren oberen Bereich des Fahrzeugs überwachen den Rückraum auf Bewegung und schlagen Alarm, sobald eine Person oder ein Tier beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen wird. Musik Registrierte Besitzer des Hyundai Santa Fe werden zudem mittels Textnachricht oder per E-Mail über das Zurückbleiben von Mensch und Tier im Fahrzeug informiert. Musik 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 Musik